Kraftwerk TV Stapel 2 Folge 3.2 Es ist mal wieder bombastisch voll hier Und wir fragen heute die Leute wieder wie es ihnen geht Wo riechst du SMB? Boah, Bayern auf jeden Fall Du hast heute die coolste Brille des Abends Ja, ich bin Messi-Görgler Man kennt sich hier Man kennt sich hier Warum bist du heute hier? Nur wegen dir, Bruder Wie geht's dir heute? Ich bin vor 2 Stunden aus Ägypten gelandet Nimm einen besseren Klub in der Nähe als Kraftwerk Ah, gibt's nicht Kein Klub Gibt keinen Gibt's keinen Kraftwerk ist der beste Klub So welche gut gelaunten Gäste hat man nur im Kraftwerk Kraftwerk ist die Eins Der beste Klub im Umkreis überhaupt Gibt keinen besseren Kraftwerk Welcher ist zu Kraftwerk? Müsstet ihr den Trainer fragen 60 Kilometer 70 Hier ist Mann, der gibt ja schon was Und dann kommt ihr auch noch ins Kraftwerk Bester Mann, Junge Kraftwerk TV Wir seht Kraftwerk ist wie immer voll Ich bin bei der Bundeswehr Ich bin heute das erste Mal wieder hier in Deutschland Weil heute die Stimmung einfach vorbei Dann trinkst du heute richtig einen rein Dann brauchen wir heute in den Murmeln rum Kraftwerk Wir treppen im Kopf Genau 3-5-2 Wie voll wir es sollen wieder sein Bis zum Anschlag Gestern gab's einen Da ging gut einer rein Da hab ich mir richtig einen in der Rüstung gehauen Dafür 2 Folge 3 Heute mit Treppen oben Weil Kraftwerk einfach das Beste ist Mit dem Video ist immer geile Videos Immer geile Bilder Bester geht's gar nicht Die Party Wie geht's dir heute? Gut und dir? Immer doch Komm Beides mega Wirklich Echt gut gemacht Also genau so voll heute wie gestern Ja Wir gehen jetzt erstmal abchecken Was das Kraftwerk heute zu bieten hat Sehr herzlich kennenzulernen Das ist mein Ex-Freund Mit dem war ich zusammen als ich 13 war Wie ihr heute seht Kraftwerk natürlich wie immer Total voll Dieser Lesh Ich kenn Äh Kinderriegel Lesh kennst Kinderriegel Das ist Lady Gaga Ich bin Lady Gaga Ich bin Lady Gaga Ich bin Lady Gaga Ich bin Lady Gaga Die wahre Lady Gaga Man kennt sich hier Instagram Ja Genau Ja Kraftwerk einfach zu geil ist das Auf jeden Fall Habibi Oder Mega ja Wie viel Promille hast du ungefähr? Bei 5 Da lässt sich noch ein bisschen mehr herauskitzeln Safe Mein bester Freund sitzt hier zu meiner Linken Den kenn ich überhaupt gar nicht Gar kein Plan mehr das ist Dieser Tonado geht aufs Kraftwerk Kraftwerk Für Kraftwerk ist es super und ich würde das jedem weiterempfehlen Kraftwerk ist einfach beste 16 plus Party auch in Ordnung aber 18 plus Party ist besser Ja Ihr wisst genau in Kraftwerk ist die beste Stimmung Wer nicht hier ist hat was verpasst Du bist auch jedes Mal hier Ja ist halt so ich war gestern auch wieder Perfekt dass wir ja immer wieder da sind Wer kennt sich hier Ja Ja Kennt man sich Sag mir eine Sache die das Kraftwerk ausmacht Die Stahlmacht Ich pack mein Herzbein hier heute Nacht Kraftwerk ist der Berlin Mond und Dennis Kraftwerk Mein Name ist YNG Kanzler kommt bei uns Kraftwerk Ja Kanzler kommt bei uns Das ist die beste Party der Welt Die Stimmung ist wie immer super Kraftwerk im Popastor Ich verkaufe zwar weniger als ich will Aber dafür hast du mehr Zeit mit den Leuten zu quatschen Und wir haben mit den Schwächen Dann fallen die Pension besser aus Das macht das Kraftwerk aus oder nicht? Sowieso Kraftwerk Du läufst Leute nach Hause Ja Ich hab mich verkranken Ich bin erst um ein Uhr gekommen Warum sollt ihr euch den Kraftwerk Das ist einfach hammergeil hier Ich führe einfach zu wild Weil Kraftwerk geil ist Kraftwerk Weil ich Bock hatte Ja Weil du hier bist Weil wir sind auch ein Wolf Das macht das Kraftwerk aus oder nicht? Jawoll Kraftwerk, man kennt sich Ich bin echt geil drauf Ich wollte jetzt eigentlich nach Hause Aber ich bin ja auch ein alter Mann Kraftwerk ist ja immer so geil hier Wird man nur jünger Kraftwerk Kraftwerk ist Lehm Kraftwerk 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 Ich bin schon seit drei Wochen Ich bin jedes Wochenende hier Kraftwerk ist einfach Leben Feinste Ware gibt es hier im Kraftwerk. Jägermeister aufertreten. Oh, er hat schon einen guten Beleg drauf. Was willst du denn trinken heute Abend? Hä? Was hast du bestellt? Zwei Jägermeisterkurze. Das geht runter. Mit Butter. Wie Butter, wie sagst du es? Ich bin hier, um von jedem schwarz-weißen Welt Kunst zu machen. Beste Antwort heute Abend. Und wie viel Spaß habt ihr heute? Sehr viel! Von eins bis zehn. Wie viele Frauen hast du heute rumgemacht? Alle, fünf. Schau mal da hinten. Ich bin ein Dick auf dem Lady Gaga-Jag. Sieht perfekt aus, Leute. Ich bin Lady Gaga, danke, danke. Wen gönnst du dir? Ich gönne mir keinen. Ich gönne mich selber. Ich habe keine Ahnung mehr gehabt. Irgendeiner wischt es doch. Glaub mir. Wieder mal im Kraftwerk. Ich habe richtig Bock. Wir haben ganz lange drauf gewartet, wieder richtig abzugehen. Und ich glaube, wir haben alle gute Laune hier, oder? Heute Abend noch die Toilette grüßen. Du! Schön Jörg, ne? Wie ist so der Pegel gerade? Bei null, weil ich Fahrer machen muss. Okay, läuft. Kommt mit dem Kraftwerk. Hier ist immer eine volle Mute. Okay? So, wir machen das durch, Bruder. Und wie ist die Stimmung heute zum Kraftwerk? Supergeil. Mega, mega. Jedes Wochenende im Kraftwerk, ne? Am besten ja. Man kennt sich hier. Ja. Kennt sich selbst hier. Kraftwerk, beste Club. Alle, die nicht hier sind, sie verpassen auf jeden Fall was. Kommt alle hier im besten Club der Stadt. Kraftwerk TV. Ich liebe es, Kraftwerk. Ob lange Haare, ob kurze Haare. Ich bin immer dabei. Fast wie RTL 2. Ach, das ist ja peinlich. Auf jeden Fall. Wie ihr wisst, Kraftwerk um diese Uhrzeit muss laufen. Deswegen kommt einmal mit rein. Tschöne zu sein, ey Schröder. Kraftwerk TV. Ja, sowas. Ja, safe. Ich bin Daddy. Ich bin froh hier zu sein. Ey. Der Kraftwerk geht immer ab. Ihr verpasst was. Achtarmig am Hinter-die-Winsel-Kippen. Ja. Man kennt sich hier. Dann geht die Rechnung auf meine Kappe. Okay. Ich schufe was angeht ab. Geiler Club hier. Ey. Wir sind die Tanzrichtung komplett voll. Ey. Danke dir. Sein Thema.